. Hallöchen, die Landwirtschaft in Dallou. Herzlich Willkommen zu euch! Mit Dallou, Manu, sag's ihr euch! Und mir! Raineau, sag's ihr euch! Raineau, sag's ihr euch! Und jetzt gewinnen wir die Runde auch, weil ich hab die Almo oder ich? Warum kein Rank? Das ist noch nicht so richtig sicher. Nein Leute, warum kein Rank? Shop.dalloucard.tv Oh, jetzt grob! Wahnsinn! Shop.dalloucard.tv Also, ich hab das so eingegeben, geht nicht. Haben wir eigentlich Ärzte unter den Zuschauern? Die können ja mal meine Hand von meiner Atemtechnik sagen, wie es mir so geht. Du willst energy consumption. Ihr Puls ist leicht erhöht. Aber was hast du denn mit deiner Atemtechnik? Wenn man die immer so hört im Mikro, oder was? Ne, mein Mikrofon ist ja... Ich nutze ja sonst... Ich nutze ja immer Push-to-Talk. Also bei allem, wo es halt geht. Also ich hab mir das ja angewöhnt. Und Rainbow... Und deswegen ist mein Mikro immer so nah wie möglich am Mund. Ja, also wirklich direkt davor. Und... Weil ich dann qualitativ halt im Windows am weitesten runter regeln kann, damit man mich noch laut hört. Weil es ist einfach... Reduziert das Rauschen halt am meisten. Ja, okay. Und... Rainbow verbietet ja dieses Push-to-Talk. Und deswegen muss ich halt da mit Voice-Activation spielen. Und alle sagen, ich atme immer voll laut und voll... Und eigentlich... Ich versuch mir auch immer so ein bisschen die Luft anzuhalten oder wegzuatmen. So... Wegzudrehen... So... Und dann zu atmen und so... Es ist halt super leise eigentlich. Aber halt... In der Aufnahme... In der Aufnahme ist es halt laut. Nee... Aber du... Man hört auf jeden Fall, wenn... Unten. Oder? Hä? Ja, Küche könnte es sein. Aber ich bin froh, dass meine Aufnahmen wieder flüssig sind. Nein, Küche ist flüssig. Also das ist dann der Herzzallag. Was trotzdem doof ist. Weil bei Counter-Strike musste ich wieder umstellen. Aber ähm... Ja. Aber mir ist das doch schon mal aufgefallen bei dir. Ja. Wenn man in das Video schaut, dass du da so... Wenn du... Gerade wenn du dich anstrengst... Oder gerade... Ja, weil ich dann nicht drauf achte. So weißt du, dann bin ich halt konzentriert. Ja, genau. Dann schnifft du los. Wie so eine Herde. Dann kommen die Blicke wieder. Die Blicke, ja. Ich nehme halt so ungefähr mit Facecam. Von mir sieht man nämlich nichts. Wenn ich konzentriert bin, mag ich nämlich gar nichts außer geradeaus gucken. So, wer hat denn die Bocher fackt? Standbild! Warum hat Manu so viele Points? Warum denn nicht? Bin ich nicht nett. So... Ich mach mal... Ich mach mal das Window auf. Guck mal! Wir werden immer noch gespottet. Wir werden immer noch gespottet. Ja, habs. Mach ich auch mal auf Window, ne? Immer noch eins. Die haben zwei hier rausgeworfen. Ganzhaft. Ja. Aber ich seh es diesmal nicht... Ich seh es nicht mal leuchten. Hier unten auf dem Boden. Ja. Stimmt. Wieso kann ich nicht aufstehen, wie der Regen liegt? Warum ist dritte? Also zwei haben... Jetzt haben wir der dritte, oder? Ich hab jetzt noch eins gezüchtet. Die kommt jetzt aber auch. Langer Gang. Die kommt unten hoch. Vorsicht! Ich scanne einen! Die ist da unten, Dalu. Ja, sie doch! Ich kann nicht die Spende gucken. Ja, wie gesagt, sie kommt hoch. Ihr macht das, ne? Sie waren zwei. Ja, sie ist hier unten. Ich seh es. Ich hab sie einmal im Fußnagel getroffen. Du hast ihr im Fußnagel getroffen? Ja. Wir werden immer noch gespottet. Das vierte Blacker ist hier auch. Nee, ist es nicht. Es gibt kein viertes Dorf. Das ist eine normale Kämpfe, Bobo. Gibt's nur noch drei. Haben sie das reduziert? Schon seit... Keine Ahnung. Seit... Zwei Wochen. Oh, das ist schon so lang, Alter! Boah! Nachdem die... Alter! Krass! Wenn wir Backup geben, ich hab ne Kämpfe. Langer Gang. Langer Gang. Fuck! Ist der down? Ich werd eh wieder von oben gequillt, wie immer. Ich scanne noch einen. Langer Gang lebt noch. Langer Gang hat Hits. Ernsthaft? Mach Dropper auf hier. Mach den anderen auch noch auf. Holy fuck. Haben wir Geisel? Was spielen wir denn? Secure Arias. Nein! Ja, ja, bleib da Early. Du bist safe. Ach komm, ich war da drauf, ey. Holt mich wer? Jäger liegt. Jäger liegt. Ich hab den mit da umgeschossen. Langer Gang. Ich lieg outside. Ja, ich weiß, ich kann ihn nicht holen, weil ich von zwei Seiten grad abgehämmt werde. Na, hallo? Da, du liegst du. Ich liege nicht, aber ich such den Jäger. Ja. Der Jäger liegt. Nein, wurde aufgehoben. Im langen Gang. Wurde grad aufgehoben. Wurde grad aufgehoben. Haben wir. Okay. Ich pick Early. Komm, eine noch kaputt. Ah, ist da wieder bei mir. Ja. Ja. Ich bin aber auch ein krasser... Nice! Schöner Teamkill. Schön, Alex. Schön, Alex. Ja, guck dir das mal an. Pass auf. Geh nack, Alex. Und Early fluckt noch runter, ey. Bei mir nicht. Leider. Schmeiß'n... Von den Aufnahmen her. Muss man sagen. Ich will ja nix sagen, aber... Komm ich nicht mehr verpasst, leh. Seit der Sachse wieder richtig konzentriert ist. Flup. Läuft dann. Das war komplett abgehackt. Nein. 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 Es war so gewollt. Was hast du eigentlich gemacht, um dein Mikrofon zu fixen, sagst du das letzte Mal? Äh, das war nur aus TeamSpeak. Der automatische Sound. Der hat Direct Sound gestellt. Das war's dann. Kannst du mein Mikrofon wohlstehen? Wollt ihr wissen, was ich gemacht hab, um's zu fixen? Ja. Klebebandwähl. Das wurde wieder dran. Wir haben keine Mirror. Beste Mikrofon ever. Was hattest du vorher dran? Äh, das TeamBow und SCT abgesetzt. Ah, okay, ja. Die Zeiten sind auch vorbei, ey. Was? Ja, das ist nicht mehr Zeit eben, ey. Das war jetzt voll 2003. Die 90er wollen ihr Mikrofon zurück. Was lachen wir dir? Ihr seid voll die 90er, ey. Keiner nennt sich Redo. Hä? Ich wusste gar nicht, dass das TeamBow noch kompatibel mit Windows 10 ist. Boah. Ey, ich hab Windows 7. Hahaha. Tandy, welcome back. Camera fade up and running. Irgendwo ist ne Twitch Drohne. Habt ihr die gerade gehört? Ja. Draußen, am Gang. Im Gang? Ich zerstör mal hier. Hat jeder mit Rüstung? Ja, hat jeder. Twitch Drohne rein. Hä? Was denn? Oh Gott, ich hab das Magazin nicht getroffen. Oh Gott, ich hab das Magazin nicht getroffen. Nee, mich hast du auch noch. Nee, mich hast du auch noch. Ja, hab sie. Mich hast du auch noch zur Elfter. Einer ist von hier vorne. Ja. Oben und unten kommen sie rein. Attention. Can I have your attention please? So, ich hab zwei Drohne eigentlich dicht gemacht. Der ist nicht. Der hier nicht. Der hier nicht. Der hier nicht. Der nicht. Naja, Gott, scheiß da drin drauf. Haben wir ne Kamera oben im Cockpit? Wenn die Tür aufmachen renne ich raus. Nicht im Cockpit, aber... Bis zu krass, Alter. Links ist die Tür unten. Also, das war die falsche Seite. Bridge Drohne kommt runter. Wir haben ein Glas, wir haben ein Glas, wenn er gesmoked ist. Oh, Achtung. Dann müssen wir aufpassen. Die kommen rein, Leute. Hört ihr das? Oben kommt einer runter. Das ist jetzt doof. Ich hab noch zwei AP. Äh, geh mal ein Bild zurück, Alex. Geht nicht. Oh, lol. Wer hat denn die Tür aufgeballert? War der das? Ja, das war er. Ja, ein Glas und plötzlich nix. Das war er nicht. Einen hab ich. Alex, da hat nur noch einer. Guckt hoch. Hab ich keinen gekillt? Ich markiere dir. Jetzt. Okay, warte. Kann ich jetzt markieren. Steht da, guckt hoch. Einer ist low und hat gedauert von der Tür. Alter, hab ich einen geilen Spot. Das versteh ich jetzt nicht. Er steht an der Treppe, sagst du, unten. Da siehst du in den Kopf. Mhm. Na, wir wollen nicht rutschen. Hier hat's jeder Leiche versteckt, die Drohne. Ich glaub es nicht. Oh. Das ist ne. Das ist ein Typ. Rechte Tür. Ja. Ja, ist rechte Seite, sagt er. Da war er. Da war er. Hast die Waffe gesehen. Ja. Ja. Oh. Voller Rutschen. Die hat er richtig gefangen, das Zivir, ey. Der ist oben lang gelatscht. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Komm bei Dalu. Ne, der ist unten drunter, oder? Der ist hier draußen. Der war bei Dalu. Ah. Da gräumt er auf, ey. Gucken, ob die Leiche bei euch auch so geil fliegt. Bei mir sind sie so hochgesprungen. Bei mir auch. Ja. 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 Ah, jetzt. Ja. Was ist denn jetzt los? Was denn? Eine Insel. Ich höre noch auf einer rechten. Auf einer rechten? Hast du zwei rechte Ohrmuscheln? Ja. Die anderen hören mich aber nochmal mal, oder? Dalu, bist du noch da? Hätt sie ja sonst wer beschwert. Meckern wir sonst immer. Wo ist denn Dalu? Ich glaub Dalu ist weg. Ich seh, das Problem ist, bei mir funktioniert das nicht. Dalu? Weil ich kann sehen, ob ein Mikro ankommt oder nicht. Dalu? Pizzaservice. Vielleicht wird er wieder reden. Wie, meinst du das, ob dein Mikro ankommt? Und des Weiteren würde niemand fragen. Dalu? Dalu bist du noch da? Du hast eine Sekunde nicht geredet. Was ist los? Ist dein Mikro aus? Was? Dalu? Oh nein. Ey, meine Drohne ist komplett runtergefallen. Wir sind wieder Küche. Okay, komm. Hallo, wir müssen hier unten lang. Ich geh lang, wo ich will. Hallo? Na, Early hat halt Delay mit seinem Holz-Internet. Kommt der Gag jetzt erst an? Ja. Der hört uns gerade. Ja, genau. Nein, meine Käpp, meine Käpp, meine Käpp. Äh, die macht hinten die Treppe, ne? Der was denn hier? Wo? Einer, die hat Küche, Tür aufgerissen und... Hier, wo wir sie auch noch. Die sind zu, ne? Ja. Oder? Ja. Ja. Auf einen Schwarzes Auge. Geht hier rein, sagt sie. Fack. Und haben wir die Küche aufgerissen? Ja. Wohl. Ne, das die halt hinten, die hinderste Treppe. Nicht jetzt hier vorne beim Fenster, sondern von da hinten. Ne, es dicht ist der. Okay. Ja, das ist ja alles gut. Aua. Da sehen wir sie echt nicht. Was war das denn? Oh, ist reingegangen, Early. Oh, Echo. Echerone. Über dir. Irgendwo. Seht das da? Ne, ich seh's auch nicht. Nein, sie ist weggeflogen, glaub ich, da hinten gerade. Da war so'n UFO. Ja, sie close. Ne, sie ist noch da. Ne. Die ist genau im Fenster, glaub ich. Wir wollten den Deck, wieso? Nicht aufstehen, Early. Wenn einer hochkommt, will ich auf den schießen. Ab die Drohne. Lol, ich hab nen Bug. Drohne wird bei mir. Die Drohne ist noch da, die ist nicht kaputt. Ja. Ja, dieses Schimmern ist noch da, ne? Jetzt hab ich sie. Hast du sie? Ja, gut. Der hier nichts. Rechts von mir auf der Treppe höchst, glaub ich, Steps. Vorsicht, Drohne, weg da! Abon. Nichts geschafft. Ich fahr mal kurz mit der Drohne oben rum. Manus ist tot. Geh mal wieder nach links, Manus. Weiter nach links, Manus. Weiter, weiter, weiter. Ja, danke. Okay, da ist kein Gegner. Danke dir. Sonst hätte er nämlich auf dich geschossen. Boah, lol. Oh, Casino seh ich keinen. So mal so, als Backup. Oh, irgendwas geht hier hin. Alter. Nichts getroffen. Oh, was ging jetzt auf? Ist der überhaupt irgendwo ein Gegner? Alle im Raum vielleicht? Oh, das kann gut sein. Ich bin echt beknackt gerade. Soll ich mal den Dropper aufmachen? Ja. Knack, knack. Gehen wir mit der Cam runter? Eine Minute, zwar denn noch. Ich bin sehr gespannt. Julian ist markiert. Da hängt einer oben auf einem Dingens. Auf dem Regal. Auf dem Kühlschrank, oder? Die da hochparkiert ist, genau. Ach, schade. Wir haben keinen Dock, okay. Die die oben drauf hängen, die Cavera habe ich. Noch eins. Keiner drin. Keiner drin, wir sind drin. Nice. Ich will nur sagen, ich habe gerade fast alle noch nicht geholt. Diese Runde kann er sein. Einer habe ich geholt. Ja, wow. Und insgesamt haben sie vier Kills. Ich habe sieben null. Ich habe zwei geholt. Ich habe null Tode. Das hat den MVP dich verdient. Jetzt kommt die Animation. Jetzt seid doch mal Easter Eggs drin. Verliegen. Weißt du, was ist, wenn der den dann ein... Oh, das ist echt gut. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass die doch einen Easter Egg eingebaut haben. Ab Moderation, Anus, Manus, bitte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Das war wieder sehr schön gewesen. Ja, war schön. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Das war mit der留言, wir haben Spaß. Wir haben uns luz dat, oder? Luc. Und unten gefällt mir auf dem Gegenceğiz.